Also, wir wollen heute verschiedene Rennen ausfahren, bei denen es im Wesentlichen darum geht, festzustellen, wer von euch die schnellsten Klassenguter sind und wer von euch die schnellsten Jahrgangsschüler sind. Ihr fahrt gleich 250 Meter jeweils. Wenn wir mit diesem ersten Durchgang, also mit allen Schülern durch sind, werden wir ausfahren, wer von den Kinderläufen startet. Und zwar bei den schnellsten Jungen, bei den schnellsten Mädchen und bei den schnellsten Jungen- und Mädchen-Staffeln und in der schnellsten Mix-Staffel. Nachher? Ja! Nachher? Ja! So! The reins are where you'll find me You're the only thing I, you're the only thing I see I'll dream the way you'll find me Your lips like a galaxy I'll dream the way you'll find me You put all the stars in my eyes Can we love tonight? Tell me I'll light up the whole sky Can we love tonight? You put all the stars in my eyes Can we love tonight? Tell me I'll light up the whole sky You put all the stars in my eyes Can we love tonight? 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 Untertitelung des ZDF, 2020